Die Stadtwerke Schwäbisch-Hahn ist ein regionales Unternehmen, das heißt, wenn man hier als Mitarbeiter arbeitet und sich einbringt, dann bleibt der Fokus auch hier in der Region und man macht auch was für die Region. Wir Stadtwerke sind ein mittelständisches Unternehmen mit 650 Mitarbeitern. Neben den klassischen Stadtwerkeaufgaben Strom, Gas, Wasser, Wärme haben wir auch noch das Thema Parkierung und Bad bei uns und sind zusätzlich nicht nur im Raum Schwäbisch-Hall, sondern auch überregional im Rahmen von Dienstleistungen, zum Beispiel beim Aufbau von anderen Stadtwerken. Ich habe mich für die Stadtwerke entschieden, weil sie ein erfolgreiches Unternehmen sind, die hier in der Region verwurzelt sind, genauso wie ich. Das Arbeitsklima, finde ich, hier ist echt gut und man kann viel Spaß mit den Kollegen haben. Ich habe mich für die Stadtwerke entschieden, da es ein sehr gutes Unternehmen ist und man gute Zukunftschancen hat. Es ist alles cool an den Stadtwerken, es ist selbstständig arbeiten und das Arbeitsklima. Und man fühlt sich einfach wohl bei ihnen. Es ist einfach ein gutes Verhältnis bei den Kollegen. Ich finde es sehr ehrlich, sie sind hilfsbereit, offen und sind immer für einen da, wenn man mal jemanden braucht. Der klare Fokus ist dieses Jahr auf der IT. Wir haben hier zwei neue Ausbildungsberufe ab diesem Jahr als Fachinformatiker Datenprozessanalyse und Anwendungsentwicklung. Zusätzlich auf dualer Basis auch ein Studium zum Wirtschaftsinformatiker. Um bei den Stadtwerken anfangen zu können, sollte man Offenheit mitbringen, einfach begeistert bei der Sache sein. Und speziell für ein Studium sollte man aber auch sehr lernfreudig sein, denn es ist ein sehr anstrengendes, intensives Studium. Das sollte man bedenken. Man sollte mitbringen, viel Spaß bei der Arbeit, Motivation und auch mal mit anpacken. Ich persönlich würde sagen Interesse. Wenn man sich dafür nicht interessiert, dann bringt es ja nichts. Man sollte Spaß mitbringen und auf jeden Fall Offenheit. Es ist sehr gut, da man zu einem sehr netten Kollegen hier hat und man eine hohe Übernahmestance hat. Nach dem Studium geht es bei mir so weiter, dass ich hier übernommen wurde in der Abteilung Geschäftsentwicklung und Innovation. Und dort werde ich dann in verschiedenen Bereichen mitarbeiten. Also zu der Frage, ob ich die Stadtwerke weiterempfehlen würde oder den Beruf weiterempfehlen würde, würde ich auf jeden Fall machen. Das steht zu 100 Prozent dahinter. Was ich mitgeben möchte, sei mutig, bewerb dich und du hast die Chance hier in einem sehr abwechslungsreichen Unternehmen, aber auch mit der Sicherheit als 100 Prozent kommunale Tochter, deine Fähigkeiten einzubringen. Weitere Informationen zur Ausbildung und unseren Stellen findest du auf unserer Karriereseite unter stadtwerke-hall.de. Dort kannst du auch deine Bewerbung dann bei uns einreichen. Wenn alles passt, laden wir dich dann zu einem Test ein. Wir lernen uns persönlich kennen und dann steht deine Ausbildung bei den Stadtwerken Schwerbschalen nichts mehr im Weg. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Von dem her, ihr seid herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal.